Tatjana, blicken wir damit mal auf die aktuelle Frontlage. Was hörst du von dort? Wie ist die momentane Situation? Okay, ich versuche mich mal vorzuarbeiten von wo wir sind, Region Harkiv, weiter in Richtung Süden. Wir haben die Nacht von Samstag auf Sonntag beispielsweise bei einer Drohneneinheit verbracht, knapp vier Kilometer nur entfernt von den russischen Positionen, ungefähr sieben Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze. Und die Soldaten, die dort stationiert waren, die haben uns zum Beispiel gesagt, Sie haben den Eindruck, seitdem die Invasion der Ukraine in Richtung Kurs begonnen hat, dass in Ihrem Abschnitt, den Sie halten und verteidigen, dass es dort ein bisschen weniger geworden sei mit den direkten Angriffen, mit dem Artillerie-, mit dem Mörserbeschuss. Wir hören aber auch, wenn wir weiter südlich auf die Frontlinien schauen, zum Beispiel rund um Pokrovsk und noch weiter südlich von Pokrovsk, Wuleda, dass es dort nach wie vor sehr, sehr eng ist, Wuleda zum Beispiel. Da heißt es im Moment, dass russische Truppen bereits in Richtung Stadtzentrum unterwegs sind. Und diese Stadt, die in den letzten zwei Jahren unter Aufbietung massiver ukrainischer Kräfte gehalten werden konnte, scheint offenbar kurz davor zu sein, komplett an die russische Seite zu fallen. Schauen wir jetzt auf die Luftangriffe, die wir hier gehabt haben. Die vergangene Nacht rund um Kiew und in Kiew massive Angriffe der russischen Seite, die offenbar abgewehrt werden konnten. Aber Bewohner Kiews berichten uns auch in kurzen Telegram-Mitteilungen, die wir von dort bekommen haben. Eigentlich ging es nach Mitternacht fast im Stundentag, dass die Flugabwehr dort im Einsatz gewesen ist. Wir hier hatten gerade Luftalarm, der ist gerade eben beendet worden und haben hier in der Region aber jetzt in den letzten Minuten zum Glück keine Einschläge gehabt. Tatjana, danke für diese ganz aktuellen Informationen und passt natürlich gut auf euch auf. Vielen Dank.